Hallo Leute, ich bin's nochmal, Aivirin Sudaria. Und ich mach heute ein Challenge, aber kein richtiges Challenge, weil ich alleine bin. Eigentlich ist es ein Challenge, wo du zu zweit bist. Also ich mach jetzt ein eigenes Challenge. Ich zeichne, ohne zu sehen. Und ja, ich hab noch vergessen, wir haben einen Besuch. Wenn du wissen willst, wie er heißt, er heißt Lupens. Und, ja, ach ja, der schaut jetzt zu. Und wir zeichnen. Also ich zeichne jetzt eine Katze. Eine Katze. Kopf und eine Katze. Und welches Stift ich benutze? Dieser Stift. Und, ja, ich zeichne heute eins oder zwei. Vielleicht nur eine oder zwei. Eine. Gut. Und, ach ja, ich hab vergessen. André, komm. Mein kleiner Bruder ist auch dabei. Er schaut uns zu. Und weiß sie, warum er nicht dabei ist. Weil er nicht mag. Ja, beginnen. Ich zeichne ein Emoji und eine Katze. Atme. Gut. Okay. Ich zeichne in einem Blatt eine Katze und eine Emotik. Beginnen wir mal. Ich zeichne. Eine Katze. Am Augen. Meine Nase. Und das sind die Haare. Und ein Emoji mache ich mal hier. Und dann noch eine Katze. Und du kannst nichts sehen. Gut. Ich bin fertig. Schauen Sie mal, wie es ausschaut. Also, meine Katze und meine Omoji schauen so aus.